Grüß euch und herzlich willkommen zu einer weiteren rhythmisch-musikalischen Übung. Heute möchte ich euch eines meiner Lieblingslieder beibringen und das geht so. Funga, a la fia, asché, asché. Funga, zum Herz, a la fia, asché, asché. Das Lied ist ein afrikanisches Begrüßungslied und heißt so viel wie, all meine Gedanken sind bei dir, all meine Worte sind bei dir, all meine Gefühle sind bei dir. Und von mir umgetextet, ich wünsche dir Glück und bringe dir Segen. Nehmen wir die Melodie mit. Funga, a la fia, asché, asché. Funga, a la fia, asché, asché. Jawohl. Erster Rhythmus. Wir machen die drei, was eigentlich eine Vierreis, drei mit Pause. Eins, zwei, drei und eins, zwei, drei und. Genau. Dann machen wir zwei Dreier und zwei und dann eine Sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay? Also drei, nochmal drei und sieben. Drei, vier, fünf, letztes Mal. Und eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, sieben. Und jetzt dazu singen. Funga, a la fia, asché, asché. Funga, a la fia, asché, asché. Funga, a la fia, a la fia, a la fia, asché, 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 asché. Und rechts, und links, und rechts, und links, und links, und rechts, und stopp. Der Rhythmus dazu. Brot mit Honig, Brot mit Honig, Brot mit Honig, Brot mit Honig, Brot mit Honig. Und jetzt geht's los. Funga, a la fia, asché, asché. Funga, a la fia, asché, asché. Genau. Und dieser gleiche Rhythmus ein bisschen abgeändert ist dann der Rhythmus Nummer drei. Vielleicht fühlt es euch ja mit dem Wohler. Der geht dann so. Brot mit Honig. Linke Hand einfach da stehen lassen. Brot mit Honig. Ja, und damit es das Ganze mehr Drive kriegt, machen wir die Viertel dazu marschieren. Okay? Das heißt, Brot mit Honig. Brot mit Honig, 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 Brot mit Honig. Okay. Wer mag dazu singen? Und jetzt geht's los. Funga, a la fia, asché, asché. Funga, a la fia, asché, asché. Jawohl. All meine Gedanken sind bei euch. All meine Worte sind bei euch. All meine Gefühle sind bei euch. Ich wünsche euch Glück und bringe euch Segen. Viel Spaß beim Üben und nicht vergessen, um Punkt 21 Uhr macht's was für euer Herz. Tschüss. Alles klar. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. пишet euch. Untertitelung des ZDF, 2020